Miau 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 Was ist geschehen, Yodob? Hasst du einen neuen neuen Spoi- Wait. Mit hinter Dick. Ja, behind your dick. Oh mein Gott. Wie fang ich ADC jetzt nochmal an? Willst du mich verarschen? Nein, das wurde ja nochmal geändert seitdem ich das letzte Mal kommendes geschehen habe. Willst du mich verarschen? Ja, will ich. Komm, hau raus. Lifestyle Handschuhe oder das Mana Ding. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Deswegen, keine Ahnung. Ich will immer mit Dings Handschuhen anfangen. Ich weiß nicht, wenn der Profi hier was zu meinen hat. Sag mal was, Labi. Ja, normalerweise Transcendence. Transcendence, okay. Ich gehe nach links. Ja, und zwei sind Primaten. Wieso sind die Primaten aber spielen nicht zusammen? Auf der Duo. Man weiß es nicht. Man munkelte nur. Du und Diamant. Ich... Ich... Kronos Support? Wie soll das denn gehen, ey? Mies. Mein hässlicher Apollo. Ich hasse Apollo. Halt. Du bist da? Ja, der Dings hat mich die ganze Zeit zugetextet, der Guan Yu, Alter. Er hat uns nicht reported, sagt er jetzt auf einmal. Und, äh, äh, und, und er sagt, er hätte uns reporten können fürs Trollen. Ich sag, du kannst mich nicht fürs Trollen reporten, wenn wir zu dritt in Joust als Premade spielen und wir niemanden trollen außer uns selber. Das ist doch unsere Entscheidung, ob wir richtig spielen wollen oder nicht. Ja, ja. Ich glaub, die beiden stört es nicht zu gewinnen. Ich hab gesagt, wir, 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 äh, wir, wir trollen ja keine anderen Spieler. Ja. Ich versetz dich so nicht. Oh, oh, oh. Nein, der Hörzelle kommt auch noch zu dir. Ja, egal. Ich hab's direkt ins Gesicht bekommen. Haha. Ach, egal. Ich bin eh nach der Runde raus. Wieso? Ich muss nur einkaufen. Achtung, Ratte kommt hinter mir her. Ja, jetzt, komm ran hier, Junge. Läuft hart, boah. Seit wann sind die Jungle Bus von... Komm! Das ist halt irgendeinem Waffe, die jetzt in das Patch... Das ist schon immer so jetzt gewesen, dass die Midcamps sofort spawnen und du nicht mehr auf die Solo gehst, sondern in der Midlane mit dem Typen spielst. Wir gehen auf sie jetzt gleich. Warte mal. Wenn du sie banishedst, ist sie tot. Warte. Jetzt. Ich kann nicht auf Befehl stunnen. Ah, fast. Fast wäre sie down. Hä? Ich kann nicht auf Befehl stunnen. Das ist... Wenn's kommt, dann kommt's. Oh mein Gott, das hört sich... Bitte. Die kommen rein. Die kommen rein. Die kommen rein in die Mitte. Pass auf. Also Apollo fehlt auf jeden Fall. Hab kein Mahn. Komm hinten, Dings machen. Bitte. Ich leg ein Wort. Apollo ist wieder da. Ach, nur Basics. Keine Fähigkeiten. Ich hab hier kein Mahn auf die Fähigkeiten bei dem Back. Noob. So nett, man muss mich öfters. Er hat jetzt geschrieben, er will mich reporten. Also, da hab ich gesagt, wenn er mich... Wenn ich ihn reporte, hab ich gesagt, okay, ich reporte dich nicht. Ach, ich moriere ihn doch einfach. So. Aha! 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 Ah, lol! Ah! Er kommt halt rein, dasht in den Tower. Ich geh mit meiner Unsichtbarkeit raus. Er steht auf meiner... Auf meinem Decoy. Ich mach den Decoy an der Tower, geb den den letzten Shot. Ey, der Aris ist mal ein richtig geiler. Habt ihr die geraped gerade, oder was? Ja, Mann. Oh, rapen darf man nicht sagen. Rapen ist ein... Schimpfwort. Rapen heißt vergewaltigen. Bubu in den Popo. Habt ihr sie fertig gemacht? Ich hab's gesagt, Misty. Ich hab ein bisschen gesagt. Ich weiß nicht, was der verlangt. Ja, lass ihn einfach quatschen, Digga. Scheiß drauf. Mein Gott. OMG, was ist denn da los? Der ist so schlecht, der Kleine. Kannst du mal hier die Dings machen? Die Wave, du Otto! Oh mein Gott. Otto, mach mal die Jungle. Hat der was gekriegt? Ich weiß nicht, glaub einen. Dann attack hier. Oh mein Gott. Schon auf Kronos? Ja, nein. Nein. Was? Okay. Oh mein Gott. Doch, wir haben beide gekriegt. Sonst wäre ich jetzt ausgerastet. Boah, der Typ spammt mich voll, Alter. Ohne Witz. Geht mir so auf die Nerven. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wie denn, in-game? Hallo, einfach nichts reinschauen. Slash ignore. Nicht mehr antworten. Slash ignore. 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 Oh mein Gott. Er pisst dich jetzt in deine Mitte. Man merkt echt, dass du kein Konkwassspieler bist. Du bist ja richtig der Retard geworden. Die ändern ja die, die, die Strategie alle 20 Sekunden. Die Strategie alle 20 Sekunden. In den Dings, in den Beta. Alles normal, ganz normal. Ja, aber das ist doch normal, dass sich ein Spiel immer mal wieder ändert, du Retard. Ja, aber doch nicht so. Äh, Enemy Missing Left, der Support. Geht, der Retard. Oh, fuck, Mann, ey, der hat... Auf. Ratter. Oh, der ist tot. Das, Digga, ist so ein Otto, ne? Er hat nochmal versucht, auf mich zu dashen. Ne. Aber, dass, dass der Chuck jetzt die ganze Zeit so BMF ist, nervt aber auch. Er soll sich einfach mal seine scheiß Wards kaufen und auf die Lane stellen. Ich hab ihm doch gesagt sogar, jedes Mal, wo Scylla zu ihm gekommen ist, hab ich ihm gesagt. Äh, Missing Left. Ja, aber du musst trotzdem callen auch. Digga, du musst... Bruder, du musst wieder... Du musst wieder mehr Conquest spielen, Mann. Du bist mega scheiße geworden. Gank right lane. Ja, Conquest und so. Attack, attack, attack ihn. Hm, mein Kill. No problem. Hau rein, wir sehen uns. Ja. Hier, dein Buff. Otto. Pass auf, wir haben nichts. Ja, mir egal, wo der... Ich hab da einen Ward hingelegt. Ja, der hat sie nicht getroffen. Komm, Mitte. Nur die hinteren Archers, genau. Mit Camp rechts. Mit Camp rechts, Mädchen. Ich bin out of mana, be careful. Lass mal gucken, ob das lefte Camp up ist. Ja, komm. Das ist für uns schon mal ein Win. Weil wir dann einfach, äh... Wir sind dann ahead. Naja, ich hab kein Mana mehr, Digga. Versuch ich jetzt one. Würde ich nicht machen. Na, na, du bist doch rechts im Dschungel. Alter, warum heilt das bei mir so der Sound? Also bei Chuck, heilt das bei euch auch? Ja. Ja, heilt so komisch. Ich komm in die Mitte. Stun ihn. Stun ihn. Wir haben keinen Cooldown. Was war das? Jetzt gibt es kein Treffen. Hm, Meiner! Und jetzt töte ich sie auch noch. Dann gib mir. Oder auch nicht. Nein! Ich hatte... Ah, ich hab's verkackt. Ah, sorry. Warum hast du keine Ulti-Neve in die Mitte? Das wäre ein Free-Kill für dich gewesen. Ich hab nicht drauf gehört. Zum Glück hast du so viel Map-Awareness. Zum Glück, wie so nur Level 8 ist. Kann man dir verzeihen. Ey, er ist doch nicht in Wirklichkeit Level 8, oder? Nein, nein, nein. Das wär's ja. Du spielst aber wie ein Level-Achter. Von daher... Nimm ich dir das voll ab, wenn du sagen würdest, du bist Level 8. Oh mein Gott, ich bin so BM. Sorry. Digga, ihr müsst Conquest spielen, Leute. Ich weiß nicht. Diese anderen Modis sind so viel Noobs, Alter. Keine Ahnung. Das ist nur meine Meinung, YouTube braucht gar nicht in den Kommentaren heulen. Von wegen... Da braucht man Aufskill und so. Für mich sind diese Moodies nichts. Conquest ist das einzig wahre. Das Problem ist einfach, dass Conquest so zeitintensiv ist. Das ist doch voll niger Bullshit. Ob ich jetzt drei Runden Arena spiele oder eine geile Conquest-Runde habe. Wow, diese Tryhard-Parade. Oh, da sind ein paar Kills für mich in der Mitte. Wow. Brauchst du ein Stun? Wow. Hm. Das kann ich auch gar nicht erklären. Das ist so wow. So viel wow in einem... in einem Spiel. Der hat, glaube ich, kein Ulti ab. Ich kann das Lied nur mit I'm a Bird, Motherfucker. Ich kann das Lied nur mit I'm a Bird, Motherfucker. Ich habe mal die Buffs aus Prinzip. So. Apollo steht AFK unter Trauer. Bester Mann. Ja, egal, töte ihn einfach, wenn er AFK ist AFK, scheiß drauf Immer tryharden, Conquest, immer, egal Immer tryhard Immer die Leute kaputt machen Weißt du, ich hab das einmal gemacht, Leuten wirklich so gesagt Alles klar, komm, der ist AFK Wir tryharden nicht auf der Lane, ne? Dann kamen die wieder, die haben uns so getryhardet Und da hab ich mir gedacht, alles klar, nie wieder Nie wieder lass ich Leuten die Chance Wiederzukommen in dem Casual War echt so Willst du doch bitte? Und stell mal Wards, du Noob, alter Gib dir gerne, I'm a bird Ah, fuck, der Jungler macht Ups Wuhuuu Komm, lass die töten, bitte Pfff, bitch Ja, aber die ulti von Chuck voll nicht unnötig Hab mir auch überlegt, meine zu tun, aber dann hab ich mir gedacht, ne, unnötig Alter, ganz ehrlich, ich liebe Aukwan, dieser Gott ist so geil Ach nee, ich hab ja den Red Ach nee, ich hab ja den Red Wo ist der? JUNGLE BYE 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 Shack ist geil, Mann Ich mag den Gott Ja Ich kann ihn selber nicht spielen, aber ich mag ihn Ich weiß nicht, ich hab ihn früher gerne gespielt haben Du kannst gar nichts, rede nicht Du älst halt deinen Mund Hahaha Das ist so ein Otto, weißt du, der so, der sich nicht verteidigen kann Du älst halt deinen Mund Jaaa Oh, ich kann nicht schlafen Jetzt, ult den Apollo einfach raus Ich weiß Leute, wird's so schlecht So Schlecht Ich bin so schlecht Für mich ist keiner der Stundacharakter, die ich spiele So, mein kleiner, wo willst du hin, mein Junge? Er ist, er ist irgendwo beim Red hingegangen Oh, da ist Futter und der Mitte Am Speed gehören Weißt du, gelobt ist hinter dir Nein, er ist hinter mir, ja Oder verstirbt er Da sterbe ich Aber das, was mir wert Komm, wie ich ihn troll Hahaha Hast du gesehen, wie ich ihn getrollt hab? Hast du das gesehen? Hahaha Ja, ja, alle Alle haben geultet Ich hab sie so getrollt Oh mein Gott, ich hab sie so getrollt Ich wusste, ich wollte den Apollo halt Das war jetzt mega tryhard von mir Den da hinterher zu chasen Also eigentlich hätte ich da sterben müssen Aber zum Glück hat der Kronos halt einfach keine Fähigkeiten getroffen Hahaha Das hat mir halt den Sieg gebracht Den Win in dieser Schlacht Den Win in dieser Schlacht Hallo, mein Name ist Otto Hallo, Otto Hallo Ich muss dir mal helfen, dem Kollegen Das geilste ist halt einfach Blink-Aug, man ist so OP, Junge Ich blink einfach immer in die Gegner rein Erst zwei anmachen und dann schön in die Gegner blinken Dann brauchst du deine Eins nämlich nicht verschwenden, weißt du? Dann brauchst du deine Eins nämlich nicht verschwenden, weißt du? Um an die Gegner zu kommen Hm? Kann man zum Escapen benutzen dann? Ja Okay Bitte nur nicht sterben, Alter Ich wird eng Mann, werde ich doch Ah, der haut mir so viel rein Ich kann mich, wenn ich ihn treffen will Ich glaub's nicht Er wär fast tot Er kommt Mitte Ich seh's aber Ne, überfliegt ihn nicht Das Problem ist, du machst halt einfach nix Du stehst nur da Ja Komm in der Mitte auf ihn No, ich wollt ihn k.a. essen Lass Mittelcamps machen Hm? Schaffen das schon Ach ne, ist nicht da Oh, du wirst sterben Oh, du wirst sterben Ja, ich hab raged etwas Ich bin so gut, Junge Komm mal lieber hinter auf, komm Wo ist Kronos? Ähm, Jungle zwischen den Toweren Da Er hat mich voll outrange, der hässliche Ah, und jetzt hab ich ihn geraped Hm Au Kwan Styles, Alter Au Kwan Ich leg hier die Au Kwan Places hin Au Kwan over 9k Over 9, wat? 9k So, und jetzt, Leute Kommt das beste Cooldown auf Au Kwan Ne, Kronos Pendant Hm Da kannst du deine Fähigkeiten spammen Und erotisch Erotisch, erotisch dabei Wuhuuu Hi 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 You You Have my approval Spillern What? What? Leak Du hässlicher Anubis Dummer Wichser Hihihi So nett man mich öffnet das Ich bin der Sneaky Boy Auch du Er läuft hier links Da sag ich doch Wo läuft denn der hin, der Junge? Ja Ja Mach 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 Die Jetzt läuft die Jetzt läuft der hier längs Ah Denkt er kann mich ficken, Junge Ich weiß genau, wo du hinläufst, mein kleiner Junge Ich weiß genau, wo du hinläufst Bestimmt sagt er gleich Wallhack oder sowas Oh Be careful left Ich komm rüber, komm zu mir in den Jungle Ja, weil er weiß, der Boss kommt, Digga Nice Lol, der kaputte Heli Mach Basic Attacks, mach nur Basic Attacks, nur Basic Attacks Ja, schön, weil dein Assi ist geprockt, weißt du? Dann hast du 35, glaub ich, mehr Leistung Komm, wir machen den Tower hier Ja Ja, schöne Ult Ah, der hat's grad selbst so Ist egal, er muss ulten, das ist gut so Attack Middle Lane Nein Mm, what's, uh A mighty storm I got 99 problems with ya I got 99 problems with ya I don't like how like that The attack Middle Lane A mighty storm Attack 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 Du Locki Komm auf ihn Boah, das gibt's doch nicht Boah Hat er ein Glück, der kleine hässliche Affe, Alter Ja Das gibt's doch nicht Hä, er ist doch da gelandet Ich hab' nen Buff gefunden Speedbuff Ohhhh Hallel 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 Und jetzt hol' ich Penetration Und jetzt geht's los Jetzt kommt der Spam Leute Leute, jetzt, jetzt geht's los Jetzt zeig' ich euch, wie man Aukman spielt Die, 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 die Ach komm schon, Chuck, du wirst doch wohl ein Auto-Hit-fähig sein zu machen Auto-Hit-fähig sein zu machen Boah, 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 boah Leute, guck mal, Loki, seine Items an Er kauft sich Hartseeker Ja 3G Auf 0,9 Hartseeker Ja Ja, Hartseeker ist halt nur mit Kills oder Assists Ja, er hat 0,9 Why Hast du das gesehen, Arthur, oder hast du... Mhm Ich... Ganz knapp, Thomas Ganz knapp Findet ihr die Ratte? Die töte ich auch noch, wenn er kommt Der wird 13, YOLO Ah, hat Cancelled War das dann leider unnütz Naja, so unnütz nicht Das Problem ist, Loki, es hat gekommen Die hätten mich kaputt gemacht, zusammen Er ist gekommen in dein Gesicht Oh mein Gott, du bist aber auch ein widerliche Dreckscher Wo ist Chuck? Er soll sein Arsch bewegen, der Wichser So ein richtiger Brasilianer, der Chuck Oder nicht? Das ist was zu übelst, ne? Gank right lane Mit keine Mana mehr Mit keine Mana mehr Komm schon Aris, mach manchmal Mechlis zu Ende, jawoll Du bist ein bisschen Du bist ein bisschen Es pusht mal die Phoenix Gott, wie ich das Gamecarry, Junge Pfff, hier ist falsch Easy, Leute, easy Easy mit Link gewonnen Oh, ich wollte eben den Phoenix Wir können Fire-Giant machen, ihr hässlichen Menschen Ich bin Phoenix Ich bin Phoenix Ich bin Phoenix Okay Ja, push den Phoenix, aber die kommen schon gleich Oder so Oder so Oder so Oder so Danke fürs Zuschauen auf YouTube Bis zum nächsten Mal, Tschüss, bis dann Tschüss, bis dann